Das bedeutet, dass man die Freiheit hat, ganz viele verschiedene Sachen zu sein. Weil viele Leute haben eine Vorstellung davon, dass ein Mann eine bestimmte Sache sein muss und bestimmte Sachen sagen darf und kleiden darf, und eine Frau muss auf eine bestimmte Art aussehen oder auf eine bestimmte Art sprechen und es gibt ja so viele Kategorien. Ich glaube, dass jeder Mensch davon profitieren kann, wenn man Kategorien weniger streng nimmt. Also das Argument ist ja oft, dass Leute immer denken, dass man den beiden anderen Kategorien eben etwas wegnehmen nimmt. Also oft wird gesagt, als würde man das Recht wegnehmen, eine Frau zu sein oder ein Mann. Aber eigentlich glaube ich, dass beide Kategorien davon profitieren, von einer Gender-Debatte, weil es eigentlich darum geht, die Gleichberechtigung mehr zu stärken und die Kategorien aufhörner zu sehen. Also es geht nicht darum, Kategorien zu verkleinern, sondern zu vergrößern. Davon kann eigentlich niemand benachteiligt sein. Und da ging es um Identifikationsfiguren, auch aus der Popkultur und um mein privates Archivieren von Sachen. Und wenn ich eine Ausstellung mache, ist es eigentlich, so eine Einzelausstellung oder so ein Raum, ist es eigentlich wie ein Konzert, wie so eine Playlist. So verschiedene Songs, die halt zusammenpassen. Und in der Ausstellung sind es dann vielleicht verschiedene Bilder oder dann ein Text ganz groß oder ein Brief ganz groß. Und es ist eigentlich immer anders. Und ich denke, dass das alles... Manchmal denke ich, dass ich zu viele verschiedene Sachen mache, aber dann sagen wir manchmal auch Leute, dass das dann total zusammenpasst. Manchmal die Titel oder so. Ich arbeite da eigentlich wie so eine Hausarbeit, wie man es in der Schule gelernt hat. Zuerst die These aufstellen. Da müssen alle ihre Argumente vorbringen. Und dann am Ende gibt es ein Fazit. Und das Fazit ist die Ausstellung. Ja, ich sehe mich schon... Meine Rolle in dem Projekt We Are Not By Many Names sehe ich, dass ich diesen Ort schaffe. Aber ich sehe auch so ein bisschen meine Aufgabe wie so eine Moderatorin. Ich muss darauf achten, wie in einer Talkshow bei Anne will, dass jeder zu Wort kommt. Und wenn eine Person vielleicht zu viel sagt, dass man auch mal sagt, jetzt ist aber die dran. Das ist halt schon eine andere Aufgabe, so ein Gruppenprojekt zu machen. Das ist ja schon so eine Vorbildfunktion ein bisschen, die ich habe. Oder wie so ein Lehrer. Lehrer, Kurator, Talkshow-Host, Künstler, Model, alles in einem Fall. Deshalb wollte ich halt dieses Projekt mit jüngeren Leuten machen, weil dann kann ich ein Lehrer sein. Aber mir haben zum Beispiel auch viele geschrieben, die älter sind, auch 60, 70, dass die mitmachen wollen. Aber ich kann halt kein Lehrer sein, maybe. Man kann immer von jemandem lernen, aber ich kann eher ein Lehrer sein für jemanden, der 18 ist, als für jemanden, der 60 ist. Das Ziel des Projektes ist es, mit Jugendlichen zu arbeiten zwischen 17 und 25. Und ich finde es wichtig, dass es genau diesen Zeitraum hat, dass es halt spezifisch ist. Für mich ist das eher ein Experiment, dieses Projekt und eine Untersuchung. Und ganz wichtig ist, dass sich nicht nur KünstlerInnen, sondern auch Nicht-KünstlerInnen bewerben konnten. Das heißt, man muss eigentlich nicht eine bestimmte Kunst machen. Es haben sich auch Leute beworben, die wogen, die sprayen, die Texte schreiben. Und manche machen auch gar nichts Künstlerisches, haben das auch so geschrieben. Und dann kann man auch mitmachen. Also ich finde dadurch, dass es nicht, dass die nicht unbedingt was mit Kunst machen müssen, wird es eigentlich noch echter. Also es geht schon um Künstlerisches Arbeiten, aber nicht nur. Es geht auch darum, diesen Ort zu schaffen und einen Austausch zu haben für bestimmte Themen. Und ich finde es total wichtig, dass wenn man jetzt zum Beispiel die Leute, die Kunst machen, mit den Leuten reden, die eigentlich nicht Kunst machen, ist es total interessant, weil das ist ja eigentlich das Audience, was du haben willst. Du willst ja nicht nur, dass Leute von der Kunstakademie dir deine Ausstellung abgucken. Du willst ja, dass dir auch Leute Feedback geben, die nicht im Kunstkontext arbeiten. Das sind zumindest die Leute, die ich erreichen will, sind alle, nicht nur in der Kunstszene. Ich glaube, dass das sehr, sehr, sehr wichtig ist, dass transidente Menschen einen Space haben, wo sie mit anderen Leuten connecten können, weil sie halt im öffentlichen Raum das eigentlich nicht kriegen. Das ist eigentlich immer eine Gefahr. Es gibt Leute, die sind mehr Passing. Das bedeutet, Passing bedeutet, dass das Geschlecht, das man haben möchte, so auch gelesen wird. Das bedeutet Passing. Es gibt Leute, die vielleicht noch am Beginn sind oder die auch sich gar nicht auf so Sachen wie Passing eingehen wollen, sondern es gibt auch Leute, die wollen gar nicht wie eine Frau oder wie ein Mann gelesen werden, sondern wie was anderes. Es ist halt leider so, dass wenn du transident bist oder nicht binär, dann musst du dir halt das wirklich bauen, ein Safe Space. Du kriegst es halt nicht, wenn du die Straße runtergehst. Das ist halt leider kein Safe Space, wenn du eine Transfrau oder ein Transmann bist. Manchmal vielleicht schon, weil du vielleicht so gelesen wirst, wie du das möchtest. Aber das ist ja nicht immer so. Es ist einfach eine Gefahr. Die ganze Zeit ist die ganze Zeit Challenge für viele Leute. Ich glaube, dass jede Person Tools hat. Nicht nur künstlerische Tools. Manche sind gut darin, sich um Leute zu kümmern. Manche können gut zuhören. Manche können gut performen. Manche können gut reden. Manche können gut schreiben. Manche können gut kochen. Manche können gut schminken. Manche können gut Fußball spielen. Und ich denke, wenn alle ihre Tools zeigen und man das dann anguckt und man das dann teilen kann. Oder man hilft einer anderen Person mit etwas. Ich glaube, dass das total besonders ist, wenn man offen dafür ist, was Neues auszuprobieren. Und ich glaube, dass queere Menschen sowieso daran gewöhnt sind, immer sich challengen zu müssen. Also es gibt eigentlich diese Comfort Zone hast du oft gar nicht, wenn du ein transidenter, nicht binärer Mensch bist. Weil du immer, alles ist eigentlich eine Challenge. Die Straße runtergehen kann schon eine Challenge sein. Es gibt eine Comfort Zone und danach gibt es die Growing Zone und die Learning Zone. Du bist eigentlich als transidente Mensch immer in dieser Learning Zone, weil du nie eine Comfort Zone hast. Du bist immer in der Challenge drin. Und deshalb wissen transidente Menschen einfach so viel. Und das hat so eine Stärke und so eine Göttlichkeit. Und es wird immer gesagt, dass das falsch ist und nicht normal. Aber eigentlich wird das nur gesagt, weil das halt so besonders ist. Wenn man halt die ganze Zeit in der Learning Zone ist. Ich freue mich auch und ich bin nervös. Das ist mein erstes Interview. Mein allererstes. Obwohl ich einen Youtube-Kanal aufmachen wollte. Vorher. Habe ich aber nicht mehr geschafft. Also ich heiße Silian. Sehr sehr keen. Ich komme aus Bochum. Ich bin 23. Und im Sommer am 8.7. werde ich 24. Und ja, ich bin transgender. Und lebe als Frau. Seit, ähm, also die erste Wake, die ich bestellt habe, das war erst 2016. Ja. Und seitdem die angekommen ist, habe ich es dann halt durchgezogen. Das hat einfach alles verändert und alles auf den Kopf gestellt. Neu zusammengewürfelt. Und dann wieder alles zusammen eingekracht. Und dann wieder zusammen aufgebaut. Und jetzt baut sich das noch viel mehr auf. Als zu der Zeit. Also man musste auch erst reinkommen. Zu dem Aufbauen. Finde ich. Und jetzt, wo ich schon so weit bin. Mit, ähm, mit Experimentieren auch. Haare färben. Weil am Anfang waren die ja einheilig, wo die dann so lang waren. Von Natur aus ohne Wake. Ja. Und jetzt bin ich schon am färben. Haha. Soweit. Oh Gott. Mode. 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 Ja, mit Mode kann man halt einfach so viel ausdrücken. Du kannst damit deine Persönlichkeit ausdrücken. Und dann, ob die abgefuckt ist. Aber auch, ob die bunt ist. Und ja. Du brauchst da kein Wort zu sagen. Weil dein Outfit sagt schon alles. Ja. Finde ich. Und das Kombinieren finde ich wichtig. Und Stilbruch finde ich auch wichtig. Das ist so voll mein Ding. Stilbruch. Also zum Beispiel. Als Beispiel. Nehmen wir die 70er Jahre. Schlaghosen. Von Queen zum Beispiel. Leoparden. Hosen. Was ich zum Beispiel erinnerte mal. Und das mit nem. Sagen, was ist jetzt grad. So. Ja. Wie heißt nochmal die? Polunda mit nem Polunda zum Beispiel. Das hat sich mal kombiniert. Das sind ja zwei verschiedene Muster. Und die kann man halt dann so brechen. Aber in a good way. So. Weißt du wie ich meine? Ja genau. Also. Ich sammel. Irgendwie. Alles in meinem Umfeld. So. Auch Persönlichkeiten sammle ich. Und halt auch Outfits. Und Slangs auch. Alles. Sammeln. Ich bin ne Sammlerin. Ja. Ich nehme die Inspiration zum Schauspielern eher aus Serien und Filmen. Da kann ich am meisten glaube ich draus lernen. Irgendwie. Und auch. Ja. Irgendwo. Copy und Paste. Aber dann. Paste mit noch was dazu. Von. Sich selbst. Das kann ja auch von allein kommen. Aber auch. Einfach dran. Durchdenken. Ja. Und die sammle ich zum Beispiel. Sehr oft in Horrorfilmen auch. Horrorfilme sind mein Ding. Ich mag gute Horrorfilme. In Fashion oder im Film. In allem. In Real Life oder von Menschen. Kunst. In Real Life ist meine Mutter mein Vorbild. Ich find sie wirklich. Ich find sie ist die stärkste Frau. Die ich jemals kennengelernt hab. In Real Life ist meine Mutter mein Vorbild. Und ja, in Fashion ist es halt Rihanna, da habe ich auch sehr viel Inspiration, als ich junger auch war, mitgenommen. Und im Film von den Regisseuren beeindruckt mich jetzt gerade voll Gaspar Noé und halt Standard David Lynch und Stanley Kubrick. Ja, ich kann mich auch mit einer zum ersten Mal wirklich auch von der Story identifizieren bei Euphoria mit Jules. Sie ist ja auch Transgender, aber bei der Geschichte ist auch ihre geliebte Rue die Abhängige gewesen. Und ich hatte auch meine Abhängigkeit von Schmerzmitteln. Und ich hatte wirklich so ein Flashback dadurch auch bekommen. Und ja, mit Jules habe ich auch diese andere Seite gesehen, die halt mein äußeres Umfeld mitgemacht haben, dadurch diesen Schmerz irgendwie. Ja. Ja, also ich würde auf jeden Fall sehr gern zusammen mit der Gruppe zeichnen. Und ich habe heute schon ein paar Gemälde gesehen von Leuten, wo ich total fassungslos war. Wie schön, wie ultra schön das war, ist. Und ja, auch gegenseitig inspirieren. Sehr spannend. Also ich sage Genderqueer dazu. Und das Ding mit Geschlecht ist, dass also schon seit einigen Jahren, dass ich das ganze Prinzip dahinter hinterfragt habe und zu keinem schlüssigen Ergebnis gekommen, außer dass es weder weiblich noch männlich getrennt ist. Und meine Pronomen sind auf Deutsch er, sein und auch sie, ihr. Auf Englisch date them, was ich auf Deutsch sehr vermisse, weil ich das Gefühl habe, es ist viel inklusiver. Und man fühlt sich, also ich fühle mich dadurch eigentlich viel mehr angesprochen. Und ja, Geschlecht ist für mich, ich identifiziere mich durch viel, durch mein Aussehen, meine Haarfarbe, alles Mögliche. Aber Geschlecht ist nicht unter den Top Ten. Und zum Beispiel, wenn ich an die älteren Leute bei uns in der Gemeinde denke, wenn ich sie anschreien würde und sagen würde, es gibt nicht nur Mann und Frau, es gibt nur Schwarz-Weiß-Denken, hört auf damit, würde wahrscheinlich weniger ankommen, als wenn ich mich irgendwie mit denen zusammen zum Kaffeekränzchen treffe und so sage, ja, irgendwer, keine Ahnung, ich zum Beispiel, bin gar kein Mädchen und möchte auch gar nicht so angesprochen werden. Und dann fragen sie so, wie möchtest du etwa ein Junge sein? Und wenn ich dann einfach ganz offen sage, so, nee, es gibt nicht nur Mann und Frau. Und dann ganz offen das Gespräch suche. Und ich finde, dadurch kann man auch ganz viel verändern. Es ist halt auch anstrengender, denke ich, wenn man sich wirklich mit einzelnen Personen immer wieder hinsetzt und immer wieder quasi das Gleiche erzählen muss. Und sich ein Stück weit ja auch selbst erklären muss quasi. Was ich mir auch vorstellen kann, was nicht jeder möchte. Was total legitim ist, weil wir stehen nicht in der Verantwortung der Gesellschaft, uns zu erklären. Außer wir wollen das. Und das finde ich wichtig, wenn man da mit Leuten in Kontakt steht und sie aufklärt. Und auch wenn wir dann eben in die Politik gehen und uns politisch engagieren und Leute eben sagen, wir sind da. Wir sind wie ihr. Also meine innere Kraft, also das war ein langer Weg, bis ich dahin gekommen bin, wo ich jetzt überhaupt bin. Und ich habe auch immer noch Tage, an denen geht es mir sehr schlecht. Und ich finde die Kraft einfach nicht, mich zu erklären oder mit Menschen zu unterhalten. Und ich will einfach nicht. Und ich finde, da fängt schon der erste Schritt an, dass man sagt, es geht mir nicht gut. Ich muss was an mir und in mir drin verändern. Und ich bin ein großer Self-Care-Fan. Und Selbstliebe finde ich unglaublich wichtig, weil ich persönlich kann andere Menschen nicht lieben, wenn ich mich nicht lieben kann. Ich kann andere Menschen nicht erklären, wenn ich für mich nicht erstmal aussortiert habe, was überhaupt abgeht. Und mir hilft es vor allem, dann einen Strich zu ziehen, eine Pause zu machen. Weil ich finde, vor allem in unserem alltäglichen Leben vergisst man das oft. Und man ist so, ich muss jetzt das machen und das machen und ich muss das und das erklären. Und man vergisst sich selbst so schnell. Und es fängt schon bei so ganz kleinen Dingen an, wie zum Beispiel, ich habe mich morgen mit XY verabredet, aber ich bin ein bisschen müde und ich habe schon lange nicht mehr richtig gut geschlafen. Dass man da einen einfachen Strich zieht und sagt, nein, ich muss mich jetzt erstmal hinlegen. Ich brauche ein Nickerchen. Vielleicht kaufe ich mir irgendwelches frisches Gemüse von nebenan vom Obstladen oder so. Mach mir was Schönes zum Abendessen, leg mich dann hin, guck was Schönes, wie auch immer. Ich genieße mich selbst quasi. Also einfach Zeit mit sich selbst verbringen. Und das klingt jetzt in dem Fall ganz schön, wenn man sich irgendwie, ich sage mal, gut behandelt und wenn man sich mal was gönnt. Aber das bedeutet eben auch, dass man über sich selbst nachdenken muss und mit sich selbst ins Reine kommen muss quasi. Und ich würde auch nicht behaupten, dass ich das habe. Aber wie ich früher war und wie ich heute bin, bin ich um einiges glücklicher geworden dadurch, dass ich mich einfach hingesetzt habe und meine Gedanken zum Beispiel aufgeschrieben habe. Einfach darüber nachgedacht habe, wer bin ich und wer möchte ich sein und wie kann ich da hinkommen? Und dann legt man sich auch irgendwie einfach mal in eine Badewanne und zündet sich ein paar Kerzen an und genießt es richtig, einfach zu sein. Und ich finde es wichtig, dass man es schafft, zu genießen, zu sein, bevor man sein Sein mit anderen teilt. Weil wenn man die Kraft nicht hat, aber es trotzdem immer wieder versucht, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis man zusammenbricht. Und das kann es ja nicht sein. Ich engagiere mich ehrenamtlich einmal politisch und einmal auch bei uns in der evangelischen Kirche vor Ort. Da bin ich Thima, das heißt, ich interagiere mit den zu Konfirmierenden, die halt diesen Unterricht quasi von den Pfarrern normalerweise bekommen. Und ich mache das aus Überzeugung. Also ich bin auch gläubiger Christ. Und ich finde es ganz schrecklich, wenn so 13-, 14-Jährige nur mit alten weißen Männern reden. Das finde ich so einseitig und so schlecht, vor allem wenn man über Glauben, Gott, Jesus und die Bibel redet, weil es ist nicht so, als gäbe es da so einen richtigen Weg. Die Bibel ist ein Buch und Bücher werden von Menschen geschrieben und Menschen irren sich. Das ist das Normalste der Welt. Und man hat eben nur Sachen, die man von Menschen erzählt bekommt. Und wenn das dann nur ein alter weißer Mann ist, der dir sagt, du kommst in die Hölle, sobald du irgendwas machst, was ein bisschen anders ist, dann finde ich das sehr schade, weil ich Gott und Glauben als etwas unglaublich Großes, Kraftgebendes empfinde. Vor allem, wenn die Welt mal wieder irgendwie unfair ist und einen schlecht behandelt. Und das versuche ich den Kindern auch zu vermitteln. Ich habe da auch viel Erfolg bei. Und ich freue mich auch jedes Mal, wenn einer von denen mir im Nachhinein schreibt, was für ein Vorbild ich gewesen bin oder was ich bei denen im Leben verändert habe oder dass sie dazu gekommen sind, sich zu outen oder so. Und das macht mich unglaublich glücklich. Und dann bin ich aber auch generell im kirchlichen Kontext, mache manchmal Predigten, Andachten und versuche da auch dieses etwas Moderneres in die Kirche mit reinzubringen. Weil ich finde vor allem, die evangelische Kirche sollte für Reformen offen sein. Ich meine, das ist, warum sie existiert. Und ich freue mich, jeden Tag dazu beizutreiben, dass es ein bisschen besser wird. Ich bin Jakob, bin 22 Jahre und we are known by many names. Wenn ich an we are known by many names denke, dann denke ich an ganz viele Geschichten und an Namen, die uns gegeben werden, aber auch an Namen, die wir uns selber geben. Also ich glaube, mit Namen verbindet, finde ich auch Macht. Weil die Person, die die Macht hat, jemandem einen Namen zu geben, da sind ja ganz viele Zuschreibungen, die immer mitspielen. Und wenn ich mir den Namen nicht selber aussuchen kann, sondern immer unter einem Namen lebe, der mir gegeben wird von anderen Leuten oder Zuschreibungen, die mir von anderen Leuten gegeben werden, dann kann ich nicht ich selbst sein. Also ich glaube, um sich selbst zu finden und zu wissen, ob man wirklich ich selber bin, ist es auf jeden Fall wichtig, über diese Sachen nachzudenken. Also was bedeutet das, wenn ich zum Beispiel deutsch bin, was bedeutet das, dass ich männlich bin oder weiblich? Was bedeutet das für mich? Und das ist, glaube ich, ein sehr schwieriger Prozess, der für jede Person auch ganz unterschiedlich ausfällt. Aber ich glaube, es lohnt sich. Und auch wenn man dann zu dem Entschluss kommt, zu mir passt halt genau das, was mit männlich verbunden wird, dann ist das ja auch okay. Aber für viele passt es dann ja halt doch nicht. Und man denkt so, das, was da für mich mitschwingt, wenn ich an dieses Wort denke, das passt gar nicht zu mir. Und dann brauche ich vielleicht ein neues Wort und einen neuen Namen, den ich mir dann geben kann, um damit auch mich zu identifizieren. Weil ich merke, viele Dinge passen vielleicht zum Teil, aber dann nicht ganz. Und dann muss man da, glaube ich, so ein bisschen nachdenken. Und das kann auch sehr lange dauern. Ich glaube, man wird nie fertig. Man denkt sein ganzes Leben darüber nach, ob das passt. Und ich denke, das Wichtigste ist, dass man sich dabei selber auch akzeptiert und vielleicht auch merkt, es gibt Dinge, die ich gerne sein möchte, die ich aber gar nicht bin. Und dann das Wichtigste vielleicht, dass man sich akzeptiert und zufrieden ist. Und wenn man irgendwie morgens aufsteht, sich freut, dass man einfach da ist. Ich denke auf jeden Fall, dass jeder Mensch etwas lernen kann von einer transidenten Person. Weil, also ich glaube, dieses Gefühl, fremd zu sein, das kann erst mal jeder auch irgendwie nachvollziehen, dass man sich nicht wohlfühlt. Also das ist ja schon mal so ein Anknüpfungspunkt, wo viele Leute sich, glaube ich, auch mit identifizieren können. Aber dann halt dieses sich selber so dermaßen fremd zu sein, dass man sich selbst so nicht akzeptieren kann oder dass es einem so schwerfällt, diese zugeschriebene Rolle zu akzeptieren, die man von der Geburt an aufgedrückt bekommt und da irgendwie auszubrechen. Ich glaube, das ist sehr kraftvoll. Und er fordert ja auch viel Kraft von der Person. Und ich denke, da kann sich jeder auch was abgucken, dass man halt irgendwie schafft, so für sich selbst einzustehen, dass man der Welt zeigen kann, wer man ist und wie man sich fühlt und dazu steht und auch diese ganzen Hürden dafür in Kauf nimmt. Und ja, ich denke, da können viele Leute was lernen und auch darüber hinaus, wie Geschlechterrollen wahrgenommen werden. Also ich glaube, jede Transperson kann ja quasi von beiden Seiten berichten. Und ich habe so viel vom Sexismus erst verstanden, seitdem ich in der männlichen Rolle lebe, weil auf einmal hören mir alle Leute zu, wenn ich rede. Also das ist nicht mehr so schwierig, dass Leute einem zuhören und einem erst mal vertrauen, dass ich das kann. Und als ich als Frau gelesen wurde, war das irgendwie nicht so. Oder war das dann oft so, dass Leute mir Sachen mehr erklärt haben und jetzt denken immer die Leute, ach ja, das ist ja ein Mann, wird das schon können. Also das ist vielleicht auch ein bisschen überspitzt, aber das ist so meine Wahrnehmung oder so. Ja, für transidente Menschen gibt es sehr viele Herausforderungen, denke ich. Gerade zur Anfangszeit, weil es so viele, ja, also es gibt so viele Hürden. Man muss erst mal dieses ganze Verfahren mit dieser psychotherapeutischen Begleitung und bis man erst mal Hormone nehmen kann und trotzdem muss man in diese andere Rolle schlüpfen und man wird andauernd hinterfragt von allen Menschen, denen man auf der Straße begegnet. Und es ist nicht immer nett, was einem dann auch hinterhergerufen wird oder was man erlebt, wenn man sich zeigt irgendwie. Und also das ist sehr problematisch, denke ich. Und auch das transsexuelle Gesetz, finde ich auch, also das sollte auf jeden Fall abgeschafft werden, weil ich finde, das ist einfach diskriminierend dafür, dass ich meinen richtigen Namen und mein richtiges Geschlecht auf meinem Ausweis stehen habe. Muss ich Unmengen an Geld bezahlen? Wo soll ich das hernehmen? Und also das war für mich auf jeden Fall schwierig, das irgendwie hinzukriegen. Zum Glück hatte ich da auch Unterstützung, aber alleine hätte ich das zum Beispiel mir nicht leisten können. Und das finde ich halt, das muss einfach nicht sein. Die Sichtbarkeit von Transmännern finde ich ist sehr gering. Also es gibt ja seit dem Outing von Elliot Page im Dezember gibt es zumindest eine Person, die in der Öffentlichkeit wahrnehmbar ist, die transmännlich ist und auch offen transmännlich ist. Aber ansonsten fällt mir jetzt keine Person ein und ich finde es eigentlich sehr schade, vor allem wenn man bedenkt, wie viele Transmenschen es gibt. Also warum gibt es die nicht in der Öffentlichkeit und es gibt einfach keine Vorbilder. Und im deutschen Raum gibt es, also kenne ich niemanden, der öffentlich bekannt ist oder eine Vorbildfunktion in der Öffentlichkeit hat. Das finde ich sehr schade. Also es wird halt selten explizit über Transidentität gesprochen, wenn dann im Kontext von sehr merkwürdigen Dokumentationen, wo es dann auch oft einfach nur um Körper geht oder um die Transition. Und ja, das ist dann irgendwie, finde ich, also es ist ein sehr verzerrtes Bild erst mal und dann wird meistens so eine Leidensgeschichte erzählt. Und das ist dann irgendwie so dieses Exotische, was so, glaube ich, interessant ist, aber das ist irgendwie einfach normales. Und weil es so viele Leute gibt, das fehlt auf jeden Fall in der Wahrnehmung. Und wenn über LGBTQI geredet wird, wird meistens nur über LGB geredet und nie über Identität. Und ich finde es auch ein bisschen problematisch manchmal, dass das alles so in einen Topf geworfen wird und auch oft das Wort transsexuell benutzt wird, was ich eigentlich überhaupt nicht mag, weil dann verwechseln Leute das mit Homosexualität. Und es ist ja auf jeden Fall ein Unterschied, wer ich bin oder in wen ich mich vielleicht verliebe. Und das wird dann halt auch nicht deutlich. Und ja, das ist, glaube ich, auch ein Grund dafür, dass es so wenig Repräsentation gibt. Also aus meiner persönlichen Sicht, was ich über die Jahre gemerkt habe, ist mir aufgefallen, dass es als Transperson immer so ist, dass man sich selbst erklären muss. Besonders gegenüber Cis-Menschen, dass man eigentlich immer wie so ein Wörterbuch oder Wikipedia dafür ist und von A bis Z alles erklären muss, weil sich oft Cis-Personen mit dem Thema auch von selbst aus gar nicht beschäftigen, was natürlich irgendwo auch verständlich ist, weil als nicht betroffene Person beschäftigt man sich selten mit Themen, die einen selbst nicht betreffen. Und ich merke, dass das ein Punkt ist, aber auch, dass man oft missgendert wird, dass die falschen Pronomen genutzt werden, dass wenn Menschen merken, dass man nicht 100 Prozent weiblich ist, dass man direkt als Mann abgestempelt wird, der sich weiblich kleidet oder sonst was, dass Menschen da doch auch eine Barriere haben, offen zu kommunizieren und vielleicht einfach mal nach dem Pronomen fragen, anstatt dann einfach das Falsche zu nutzen. Und ein weiterer Punkt, den ich sehr schwierig finde, ist auch die Transition selbst. Also was ich merke, dass die Änderung des Personenstands oder des Vornamens nicht einfach locker, je sie mal so eben gemacht ist. Das beansprucht echt viel Kraft und Zeit durch die Bürokratie, die ganzen Anträge, das Geld. Es werden einem wirklich Steine in den Weg gelegt und man muss im schlimmsten Fall auch noch Gutachten selbst zahlen, was dann bis zu 1000 Euro kosten kann. Und das finde ich zum Punkt, der auch einfach das Leben extrem schwer macht. Und das sind dann auch Gründe, warum Leute es nicht schaffen, ihren Vornamen oder Personenstand zu ändern, was bei mir jetzt auch schon mega lange quasi dauert, weil ich es mit dem Antrag einfach nicht richtig schaffe und weil ich auch Angst habe, dass ich am Ende 2000 Euro blechen muss, die ich nicht mal eben so auf dem Konto habe, für einen anderen Vornamen oder Personenstand, was dann im Endeffekt nur umgedruckt wird. Das ist mir auch aufgefallen, also dass es eigentlich in der medizinischen Sicht nur von Transsexualität gesprochen wird, von Mann zu Frau oder von Frau zu Mann und das dementsprechend auch so behandelt wird. Also, dass gar nicht irgendwie dazwischen geschaut wird, ob es quasi nur männliche Züge sind oder man sich dazwischen fühlt. Da wird in der medizinischen Sicht schon oft nur auf die komplette Transition eingegangen, habe ich das Gefühl. Auch der Weg zur Operation, dass das eigentlich so vorbereitet wird, dass man im Endeffekt operiert wird, um dann quasi CIS-Passing zu sein. Und das, finde ich, ist auch irgendwo ein Problem, weil ich glaube, dass Transmenschen sich davon auch unter Druck gesetzt fühlen und im schlimmsten Fall Entscheidungen treffen, die nicht richtig sind. Durch den Druck, dass man eine komplette Frau sein soll oder ein kompletter Mann und sich quasi an der CIS-Gesellschaft anpasst. Ich merke schon, dass das Thema oft zwischen die Beine geht. Besonders, ja, also, ich merke einfach, dass das immer eigentlich da ändert. Bist du operiert? Bist du nicht operiert? Wie weit bist du mit deiner Transition? Und viele Menschen merken gar nicht, wie intim dieses Thema in Wirklichkeit ist für jede betroffene Person und dass das für manche auch gar nicht erstrebenswert ist, eine Operation zu haben. Und ja, ich denke schon, dass gesellschaftlich ein gewisser Druck auf Menschen ist, sich operieren zu lassen, weil es dann halt auch Begriffe gibt, mit denen man Menschen bezeichnet, die nicht operiert sind, die sehr abwertend sind und hauptsächlich in Pornokategorien genutzt werden und es dann auch eher in eine fetischisierende Richtung geht, was ich auch schwierig finde. Also beim Thema Dating merke ich oft, dass das auch in die Richtung geht, dass man mehr als Fetisch oder als Experiment angesehen wird, dass vor allem auch heterosexuelle Männer ja, das als eine Erfahrung sehen, die sie irgendwie vielleicht auf ihrer Bucketlist haben wollen oder whatever und ja, Transfrauen auch gar nicht wirklich als Frauen ansehen, sondern eher als weibliche Männer und ja, ich merke schon, dass Dating als Transperson extrem schwierig ist und man oft gegen den Kopf gestoßen wird, weil man auch teilweise wie ein Mann behandelt wird. beim Thema Dating, was mir auch auffällt, dass wenn man dann sich tatsächlich irgendwann mal zum Date trifft, dass das dann auch meistens so eine Art Versteckspiel ist, dass man irgendwie, dass die Leute sich mit einem nur im Dunkeln treffen wollen oder zu einem nach Hause kommen wollen und das finde ich ist auch einfach schwierig, weil gerade als Transperson möchte man kein Geheimnis sein von irgendwem und nicht im Hinterkämmer hier quasi versteckt werden. Ja, ich glaube auch, dass viele dann das Gefühl haben, wenn sie eine Transfrau vielleicht daten, dass sie sich dann denken, ob sie schwul sind oder ihre Sexualität direkt hinterfragen, was ich auch unnötig finde, weil Transfrauen sind genauso Frauen wie Cis Frauen und das sollten sich viele mal hinter das Ohr schreiben. also, als ich meine Transition angefangen habe, hatte ich öfters Probleme auch im öffentlichen Raum, da ich von anderen Personen nicht als Frau gelesen wurde und somit auch stark diskriminiert wurde von anderen Menschen, teilweise so weit, dass ich von fremden Menschen angespuckt wurde und mit der Zeit und den Jahren hat sich das immer mehr gebessert. Also, ich glaube, da spielt dann auch das Passing wieder eine gewisse Rolle, dass mich Menschen auf den ersten Blick nicht direkt als Trans lesen vielleicht, aber ich merke auch wiederum, dass wenn ich dann mit Menschen spreche und mein Gegenüber vielleicht mitbekommt, dass meine Stimme außergewöhnlich für eine Frau ist, etwas tiefer oder wie auch immer, dass das dann doch schnell auch wieder zum Thema bis da eigentlich Trans läuft und ich fühle mich inzwischen auf jeden Fall sicherer in der Öffentlichkeit aber trotzdem fühle ich mich auch nicht zu 100% sicher. Ich habe immer irgendwie Angst, dass jemand es merken könnte und nicht gut drauf reagiert und mir dann vielleicht wieder diskriminierende Dinge passieren könnten. I found my lavender lung, rotten, almost black, easy to throw away, trash-like, I caressed them to the flowerbed, to the grave that was promised since the day any being was born. I left my lavender lung, alone until my final day arrived, nearly healed, nearly alive. What are you doing with your writing? Yes, I make publications with books, accompanied by painting or photographs. What are you doing with your writing? Bei meiner Publikation Welcome to the Blues habe ich erst die Gedichte geschrieben und danach die Zeichnungen dazu angefertigt. Also ich habe ein Bild im Kopf und dann zeichne ich das. Menschen. Ich nehme Menschen als Subjekt, und zwar in auch emotionalen Situationen. Ich finde einfach, dass... Ja, ich kann einfach mal ein paar Bilder zeigen. Die beiden einmal gemacht aussehen. Ich habe diese drei gemalt kurz vor der Mappenabgabe und ich war ziemlich gestresst. Also dachte ich mir, warum arbeite ich nicht mit dem Thema Stress und setze mich damit auseinander oder beobachte mich selbst, wie ich in Stresssituationen reagiere. Und dann kam die halt raus. Ja, ich habe einige durch einige queere Freunde und auch Trans-Freunde auf Conventions gegangen. Also Cosplay-Events. Und die wurden alle in Deutschland verspreut. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich hier nach NRW gezogen bin, um hier öfter zu sehen. Kleidung ist für mich wichtig, weil ich mich wohlfühlen soll in meinem Körper und das auch gerne zeigen möchte. Kleidung herzustellen ist eigentlich auch ein ganz spaßiger Prozess, abgesehen vom Schmittmuster. Mein Name ist Mert, meine Pronomen sind er, ihm. Ich bin non-binär und ich bin 23 Jahre alt. We are known by many names. Was sind verschiedene Individuen, Repräsentationsfragen und auch, dass man da eine gewisse Vielfalt sieht, wenn man einen Querschnitt hat von Individuen, die für die Gruppe stehen. Meine künstlerischen Interessen liegen hauptsächlich in der Fotografie, darin dann hauptsächlich Portraitfotografie. Mich interessiert das Individuum an sich. Das alles, was in einem Gesicht steckt oder stecken könnte und was wir darin sehen und auch sehen könnten. Abgesehen von der Fotografie habe ich davor sehr viel gezeichnet und diese Form von Komponieren eines Bildes habe ich jetzt auch in die Fotografie mit hineingebracht, da ich es einfach effektiver finde, etwas zu fotografieren. In meiner Fotografie gibt es so zwei Seiten mehr oder weniger. Einmal habe ich natürlich Portraitfotos, die ich jetzt von Freunden und Bekannten schieße, wo es mir wirklich darum geht, dass es ein Portrait der Person ist, die ich fotografiere. Andererseits konzipiere ich auch Fotos, die letztlich dazu dienen sollen, LGBTQ-Charaktere darzustellen. Sei es dann mit einer Figur, zwei Figuren, mit verschiedenen Hintergründen, Blumengesteck und so weiter. Dass es wirklich ein Bild ist, das dann in sich ausgereift ist, stimmig ist. Genau, also ich versuche da ein Bild, ein in sich stimmiges Bild zu machen, ein Narrativ herzustellen mit meiner Fotografie. Und dass dann dadurch Empaktie bei der anderen Person provoziert werden kann und Mitgefühl für die dargestellten Charaktere da ist. Meine Geschlechtsidentität ist zurzeit in der Schwebe zu non-binär. Ich bin als Mann geworden und merke immer mehr, dass ich nicht wirklich sagen kann, dass ich ein Mann bin. Durch Ohrringe, das war das erste, was ich für mich so entdeckt habe. Make-up, was ja etwas ist, das das ganze Gesicht transformiert und man damit die Person, seine eigene Person sehr stark ändern kann, wenn man das möchte. Habe ich gemerkt, dass ich nicht mehr in dieses binäre, dichotome System von Mann und Frau wirklich ganz hineinpasse. und mich irgendwo dazwischen bewege, inwieweit ich jetzt sowas teminiere, dessen bin ich mir tatsächlich noch nicht sicher, das ist noch ein Prozess. Mein Selbstbewusstsein zu finden, das war ein langer Prozess. Es gibt ja den Spruch, fake it till you make it. Den habe ich lange durchgezogen, bis es dann irgendwann nicht mehr ging, wo ich mir auch Hilfe suchen musste. Tatsächlich jetzt die Tätowierungen, die man hier gerade auf meiner Brust sieht, angedeutet, sind Symbol davon. Ich habe mir meine Knochen sozusagen symbolisch nochmal auftätowieren lassen, damit ich mit erhobener Brust durch die Welt gehen kann, dass ich wirklich aufrecht bin. Aber mein Selbstbewusstsein erarbeite ich mir. Dass ich sage, dass ich mir ständig wieder vorhalten muss, dass ich mir selbst natürlich wert bin. Das ist ein großer Teil davon. Und dass das, was ich mache und wer ich bin, natürlich auch wichtig ist. Ich selber jetzt als jemand, der auch lange mit seiner Gender Ausdrucks struggled hat und auch ohne jeglichen Halt in der Umgebung. Ich habe lange Zeit in einer kleinen Stadt gewohnt, wo ich keine Form von queeren Person gesehen habe. Da war ich selber die komische Person in der Klasse, in der Schule, in der Stadt gefühlt, die nicht konform war. Bis zu dem Punkt, wo ich dann auch selber nicht mehr konnte und es zu suizidialen Gedanken kam. Wenn jemand anderes jetzt damit strugglen würde, würde ich das gleiche empfehlen, was ich getan habe. Einfach zunächst Lugarie und etwas Make-up kaufen. Und dann sei es auch um zwei Uhr morgens alleine da rumzuprobieren, was einem gefällt. Auch dann in den Medien, vielleicht jetzt nicht in den klassischen, aber in sozialen Medien, wo es dann doch etwas breiter gefächert ist. Zu schauen, was gefällt mir, was kann ich imitieren und durch die Imitation dann zur Adaption zu kommen und zur Veränderung. Und was gefällt mir, was kann ich in meinen Alltag integrieren. Bei mir war es der erste Schritt, Ohrringe zu tragen und zu sagen, hey, ich mag das, das sehe ich bei anderen Leuten, ich möchte es auch haben. Und der Moment, wo ich dann das erste Mal richtig Ohrringe getragen habe, war dann ein kleiner Euphorie-Moment, ein Glücksmoment. Wo ich gemerkt habe, okay, das bin ich, dahin komme ich. Man muss da kleine Schritte machen, sei es erstmal ein Nagellack, wirklich, den ich ja jetzt auch gerade trage. Oder wie gesagt, sei es nur ein Eyeliner oder zu sagen, ich trage meine Haare anders oder ich lasse sie lang wachsen, ich schreite sie ganz kurz. Einfach experimentierfreudig zu sein. Man muss dann ja nicht sofort etwas ganz anderes projizieren, als man gerade ist. Wenn ich mir jetzt auch meinen Verlauf anschaue, es kommt von Ohrringe zum Make-up und dann später jetzt immer mehr. So high-waisted pants, dass ich sage, hey, ich möchte jetzt Hosen tragen, die jetzt nicht vielleicht jeder Mann trägt. Hinzu, dass ich jetzt sage, hey, ich probiere mal einen Rock aus. Das muss man auch dann jeden Tag tragen, aber dann zu Hause zu probieren, was einem überhaupt gefällt. Hallo, ich bin Deutsch, ich bin 20 Jahre alt. Als ich We Are Known By Many Names gelesen habe, dachte ich mir erstmal, dass es eine gute Inspiration für ein Bild ist, weil ich meine Bilder normalerweise oft von irgendwelchen Gedichten oder Song-Lyrics inspirieren lasse. Und ich fand den Satz interessant und dachte, dass ich da bestimmt ein cooles Bild rauskriege. Soll ich die mal zeigen? Ja. Okay. Das ist jetzt die erste Zeichnung. Die habe ich mit Wasserfarbe gemalt und einem Feinliner. Eine meiner Lieblingszeichnungen, die ich gemacht habe, ist die hier. Ja. Ich finde die größer gut. Ich habe mir das selbst beigebracht. Ich zeichne seitdem ich so fünf, sechs bin. Und das war immer ein Hobby. Und als ich so 16, 17 war, habe ich versucht, das so ein bisschen ernsthafter zu verfolgen und auch vielleicht mal Studien zu zeichnen und Anatomie abzuzeichnen und so weiter. Aber davor war das eher mal so ein bisschen hier und da mal ein bisschen gekritzelt. Ich würde sehr gerne Aktzeichenkurse machen. Ich studiere Grafikdesign an der FHA Aachen. Und da werden welche angeboten, aber wegen Corona sind die momentan nicht aktiv. Und davor habe ich in Indonesien gelebt und Aktzeichenkurse gibt es da leider nicht. Darum hatte ich noch nie so richtig die Chance dafür, das mal auszuprobieren. Aber ich würde es sehr gerne mal machen. Meine Vorbilder sind vor allem Künstler, den ich auf Instagram folge. Ich habe durch Instagram Zugang zu sehr vielen interessanten Künstlern gefunden, Künstlerinnen. Und also, was mich am meisten inspiriert, sind so Geschichten, wo die Leute am Anfang irgendwas anderes gemacht haben. Und dann dadurch, dass sie an sich selbst geglaubt haben oder dass jemand anderes an sie geglaubt hat, dann die Kunst so Vollzeit machen können. Sowas finde ich immer total inspirierend. Und noch ein anderes Vorbild. Man könnte sie Künstlerin nennen. Das ist so eine YouTuberin aus China. Die heißt Li Zeki, glaube ich. Und die macht so Videos. Also sie lebt in China so auf dem Land. Und die macht alles selbst. Also sie baut ihre eigenen Werkzeuge. Sie baut ihr Essen selbst an. Und sie näht auch ihre Kleider selbst. Also so ein All-Arounder, die macht auch Kunst. Und ich finde das total inspirierend, dass sie so self-sufficient ist. Und irgendwie alles selbst kann. Also ihr Channel hat mich auch inspiriert, so kochen zu lernen. Und das mache ich jetzt total gerne. Und ich glaube, ich bin auch gut darin. Aber ja, das ist noch so ein anderes Vorbild von mir. Mein Name ist Max. Meine Pronomen sind sie ihr. Ich bin Jenna Questionning, 25 Jahre alt. We are known by many names. Wir schauen mal auf. Wir legenen sechs, oder? Wir machen uns das mal. Wir spielen sechs, und wir nehmen uns an. I opened my mind Cos what you see ain't what you get Still waters are deep Don't be distracted by the surface reflection Don't be fooled by my innocent smile Fucking crazy in my mind I feel their eyes upon my neck Critical smiles and the thoughts in their heads What is this shy little girl Being on stage She doesn't look like She doesn't act like She doesn't seem like What? What should I look like? What should I act like? What should I? Should I? Or shouldn't I care? Yeah, 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 yeah. And don't forget about me, so I'm fucking crazy in my life. More about me than you see, and more about her than you care, and more about him than you think, so please judge him, judge him twice. More about me than you see, and more about her than you care, and more about them than you'll understand, so please judge him twice. Don't forget about my innocence, my fucking crazy. Don't forget about my innocence, my fucking crazy. Don't forget about my innocence, my fucking crazy in my life. I don't think so. I'm a cat. I'm a cat. I'm a cat. I'm a cat. He's a cat. Vielen Dank.